Die nordischen Länder oder der Norden werden als die Staaten Nordeuropas definiert, die in Skandinavien liegen oder aber durch die Kalmarer Union historisch und kulturell miteinander verbunden waren und heute im Nordischen Rat vertreten sind. Der Begriff Norden wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt und fand insbesondere durch das länderkundliche Werk von Axel Somm A Geography of Nordenweite Verbreitung. Die nordischen Länder haben zusammen rund 26 Millionen Einwohner. Es sind die skandinavischen Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden, die Republiken Finnland und Island sowie die autonomen Gebiete für Grönland und Orland. Estland, das kulturell und sprachlich stark mit Finnland verbunden ist, versteht sich ebenfalls als Teil dieser Region und verkündete, In naher Zukunft dem nordischen Rat beitreten zu wollen, in der Region fungieren das schwedische, dänische oder norwegische als Verkehrssprachen. Während die Mehrheitsbevölkerung Dänemarks der Föhr-Islands, Norwegens, Schwedens und Allandskandinavische Sprachen spricht, gehören die Finnen. Esten und Sami zur finnogrischen Sprachfamilie, die Inui in Grönland sprechen, Kalali-Sud, eine eskimo-erleutische Sprache. Zum kulturellen Norden zählt sich auch die dänische Volksgruppe in Südschleswig, die ungefähr 50.000 Menschen umfasst. Die Bewohner der britischen Shetland-Inseln und Orkney haben historische Bezüge zum Norden, obwohl ihre ursprüngliche Sprache Norn ausgestorben ist. Überblick und internationale Organisationen Die nordischen Länder weisen trotz ihrer geografischen Nähe und oftmals gemeinsamen Geschichte eine große Vielfalt auf. Auch auf internationaler Ebene sind sie teilweise sehr unterschiedlich vertreten. Entgegen dem Skandinavismus und Zielvorstellungen beispielsweise des Nordischen Rates Flaggen Die Flaggen der fünf nordischen Länder sind skandinavische Kreuzflaggen, die auf dem Dannebruck basieren. Punkt, 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 Punkt Auch die autonomen Gebiete Olland und Vöhr führen das nordische Kreuz in der Flagge, die Flagge Grönlands nicht. Sie ist dennoch in Farbgebung und Gestaltung an den Dannebruck angelehnt. Punkt, Punkt Punkt, 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 Punkt